Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zu Beltane. Willkommen zum Vollmond im Skorpion. Haben wir ja gestern schon ein Orakel zu gemacht, aber was ich nicht in den Fokus gerückt habe und deswegen möchte ich heute noch mal drauflegen. Ihr wisst ja, dass ich die keltischen Jahrestage immer nach den Mondzyklen begehe. Andere feiern das nach dem Kalender, also sprich in der Nacht vom 30. auf den 1.5. bei Purgis beziehungsweise eben auch Beltane. Ihr wisst, dass es da immer darum geht, sich zu verbinden mit etwas, weil den einen erst mal mit dem eigenen Selbst, mit dem höheren Selbst, mit der Seele. Bei den anderen, die in dieser Phase sind, gibt es dann eben, es geht darum, dass die Energie, die Kundalini, durch die Chakren fließen kann, von oben nach unten, dass es da keine Blockaden in den einzelnen Chakren gibt. Ist da ein Chakra blockiert, bekommen wir entsprechenden Aufbruchpartner. Partner, der genau in dieses Chakra geht, um da halt den eigenen Fluss aufzubrechen. Fließt die Energie von oben nach unten, ist da, ah ja, Dankeschön. Jetzt werfen wir nochmal das Schlagwort Chakrenspirale rein. Okay, dann werde ich heute noch Chakrenspiralen für euch drehen, ihr Hübschen. Stelle ich euch in die Infobox. Die Löwenkerzen sind sowieso weg. Das heißt, ich werde mich heute noch mit den Chakrenspiralen befassen. Drei Wünsche für Aschenbrödel. Haselmus muss anscheinend rein. Okay, haben wir das auch geklärt? Ich drehe euch heute Chakrenspiralen, wo der Hauptbestandteil Haselnuss ist. Darf ich jetzt bitte weitermachen? Ja, okay. Und wenn man dann mit seiner Energie auf diesem Planeten gelandet ist, bei den ein oder anderen Sternzeichen, hatten wir auch noch die Thematik der Erdflucht. Ja, das heißt, die Verweigerung in Gänze auf diesem Planeten zu landen, mit Ursache, Wirkung und so weiter und so fort zu arbeiten. Gibt es aber auch ganz enorme Hilfe heute. Ja, wir haben eine ganz starke Erzengel-Energie. Und Schirmherr von diesem Vollmond von Beltane ist Haniel. Ja, ich liebe ihn sehr mit Haniel. Und jetzt ergibt auch wieder die 9-Tage-Halschakra-Challenge in der WhatsApp-Gruppe, die ja nun gestern abgeschlossen wurde, pünktlich zum Vollmond-Sinn. Weil Haniel ist, genau das ist die Macht des Wortes. Ja, innen wie außen. Welchen Ton schlage ich an? Haniel ist die liegende Acht. Ursache, Wirkung, mein Schatz. Ja, den Ton, den du anschlägst. Am Anfang war das Wort. Ja, so fließt es eben zu dir zurück. Und genau das haben wir jetzt mit Beltane. Ja, liegende Acht. Vereinigung. Entweder brauchst du dann noch Spiegelung. Ja, oder du brauchst etwas, das aufgebrochen wird. Du kriegst halt entsprechende Seelenpartner. Oder du brichst jetzt das neue Zeitalter an, in dem es gerne leicht und spielerisch sein darf. Ja, die Ernstigkeit wird rausgenommen. Das hatten wir auch bei den letzten Kerzen, auch jetzt bei den Sternzeichen-Impulsen schon bei einigen, dass man jetzt wirklich, wie möchtest du sein? Ja, möchtest du ein humorvolles, leichtes, von Freude geprägtes Leben haben? Ja, dann stell dich innen darauf ein, damit es auch im Außen so erlebt werden kann. Ja, oder möchtest du eben da weiter irgendwelche Opfer, Retter, Täterspielchen, irgendwelche Dramen, Intrigen, Herr Pfann, auch damit darfst du dich verbinden. Ja, dein gesprochenes Wort, Lyriden, ja, die Leier, die Lyra, ping, du klingst den Ton an. Dein Ton, deine Frequenz ist eine Energiewelle, die strömt über die Welt und zieht eben entsprechende Spielpartner an. Belle Tane, ja. Ja, das wollte ich nochmal erwähnt haben, weil gestern habe ich das, habe ich da nicht so den Fokus drauf gelegt, ne. Jetzt wisst ihr Bescheid und natürlich fragen wir auch nochmal die Karten dazu. Schauen wir mal, was wir dazu zu sagen haben. Noch, was da noch kommen mag. Dreh die Chakrenspiralen. Ja, Dankeschön. Nein, ich möchte aber noch Karten länger. Kommt. Okay. I love you. Ja. Da haben wir es. Da haben wir den Druck auf das Halschakra. Ja, mir wird es hier nicht so streng gegeben, wie es jetzt auf der Karte ist, sondern mehr so, als, als, würde es hier von außen jemanden geben, der im Halschakra, ja, auch ein Wort, ne, aus euch rausquetscht. ja, und, ähm, dieses Wort geht als Schwingung um die Welt. Also, sprich, achtet heute sehr auf, ne, der eine oder andere von euch hat ja auch die Halschakra-Challenge mitgemacht, das heißt, ihr seid jetzt sowieso schon durch, äh, die neun Tage am Stück sehr drauf geprägt, ja, auf euer Wort zu achten, ob es eben, ähm, aus einer Verpflichtung, aus einer Erziehung, aus, was ich, ja, aus euch rauspurzelt, ne, oder ob ihr tatsächlich eurem Sein Ausdruck verleiht. Weil da wird jetzt halt eben drauf geguckt, ne, weil anhand eures gesprochenen Wortes, Gedanken sind frei, ne, am Anfang war das Wort, anhand eures gesprochenen Wortes, ähm, geguckt wird, ja, wo ihr in dem Durchfluss, in dem Innen wie Außen steht, ne, ob ihr aussprecht, was ihr denkt und fühlt, ne, oder ob es da halt noch eine Blockade gibt, wenn ihr gucken wollt, ja, wo ist euer Fluss, in welchem Chakra sitzt da eine Blockade, habt ihr dafür ja entsprechende Meditationen in der Infobox, ne, ist eine Schattenmeditation, also sprich, wo sind dunkle Anhaftungen, ne, Ängste, äh, äh, Manifestationen vom Elternhaus, whatever, ne, vom Freundeskreis dazugehören zu wollen, ja, und, äh, deshalb nicht im eigenen Sein zu stehen, sondern in der Angepasstheit zu sein, et cetera, pp, ne, da wird euch in der Meditation, ähm, werdet ihr quasi gescannt, ne, und dann wird euch eine Farbkugel überreicht, und dann wisst ihr, ähm, in welchem Chakra ein Energiefluss freigesetzt werden darf, ja, wofür ihr hier quasi Harnähel jemand bekommt, der dann genau bei diesem Chakra andockt, ja, und das wird jetzt hier so geguckt, ne, was hier aus eurem Halschakra, also, diese Karte, dieses Bild ist halt ein bisschen krass dafür, ja, ähm, welches Wort hier aus euch, äh, rausfällt, mit ein wenig Nachdruck, ja, welches Zeitalter da bei euch geboren werden darf, ne, ja, spreche ich aus, ne, was ich denke und fühle, höre ich auf meine innere Stimme, ja, neige ich dazu, etwas zurückzuhalten oder hinunterzuschlucken, ne, bin ich mir selbst und anderen gegenüber ehrlich, zeige ich mich, wie ich wirklich bin, ne, was habe ich der Welt zu geben, wie verleihe ich meinen Seinen Ausdruck, ja, ähm, fühle ich mich frei in meinem Sein, ne, oder alles zusammengefasst, bin ich ich, ne, ne, oder müssen wir da an irgendeinem Punkt eben noch bei, ne, ja, also, sprich, ne, wenn wir jetzt wieder auf die, ähm, eigentliche Bedeutung der Karte des Fuchses, ne, ähm, eingehen, bediene ich mich da irgendwelcher, ähm, Listigkeiten, um an Ziele zu kommen, ja, ähm, trickse ich, ne, ähm, betreibe ich, äh, erst mal so eine Spionage, ja, um dann halt in die Angepasstheit zu gehen, ne, all das, ja, ja, ist interessant, ne, ist spannend. Sage ich euch auch 1134, ja, 11 sind die Routen, ne, ist das, äh, ist die Klärung, ist die Auseinandersetzung, ist halt eben, ne, das, äh, gesprochene Wort, ne, 34, ist, äh, der Zwilling, die entsprechende Spiegelung dazu, ne, ja, da haben wir den Turm, ja, das, äh, das ist der Durchfluss der Energien, ne, was muss aufgebrochen werden, ja, wo mauer ich mich, ne, wo habe ich eine Begrenzung drin, und, ähm, dafür wird hier jetzt einmal auf den Kehlkopf gedrückt, ja, piep an, ha, 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 der Kehlknopf ist hier gerade der Anknopf, ja, piep an, was kommt da raus, ja, genau, ne, schau, hier haben wir's, ne, hier haben wir's, und, diese Person, die das hier macht, ja, ist unschuldig, ja, nur um das gleich mal vorab zu sagen, ja, ähm, ja, hier, weil, es ist tatsächlich so, dass hier jetzt gerade jemand als Werkzeug, ne, das ist ja das, was ich hier gesagt habe, als Werkzeug, äh, genommen wird, ne, ähm, um da, ne, etwas hier, den Kehlkopf anzuknipsen, ja, damit man hier etwas, ne, wo man sich zurückgehalten hat, zurückgenommen hat, hier, hier aufbrechen kann, ne, ja, das so, upsie, ja, da hat hier jemand mit euch ein Ups-Moment, diese Person kann gar nichts dazu, das ist, ey, wir haben einfach hier alle Erzengel am Start, ja, wirklich alle Erzengel am Start, und, ähm, diese Person, ähm, rutscht das quasi einfach raus, ja, und damit kommt hier, äh, der Anknopf auf, 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 aufs Halschakra, ja, und, äh, damit kommt man auf einmal aus sich heraus, ne, und, ähm, genau, ne, hier geht es darum, hier eine Blockade aufzubrechen, ja, damit, ja, ne, da der Fluss, oben, wie unten, ne, da, wo hier in den Chakren noch ein Dornen, nenn ich es mal, sitzt, ne, hier so ein Dornen sitzt, wo der Fluss, ne, fließen kann, wo es halt nicht oben, wie unten werden kann, hier durch, äh, ein Impuls, ne, aufgebrochen wird. ... ... ... ... ... ... Wo man Emotionen, ne, Energien anstaut, ja, die versucht hat, mit sich selbst auszumachen, ja, da, ähm, kommt man dann in der Regel meist nicht auf das Rätselslösung, ne, bei vielen wurde der Fluss hier halt in der Kindheit, äh, unterbrochen, das wisst ihr aber, ne, da sprechen wir schon seit dem Jahreswechsel drüber, ne, das sind die Manifestationen, die ins Wurzelschakra gegeben wurden, ne, in der Kindheit, ne, dass da eben halt eine Grenze liegt, dass es falsch ist, wenn man es da einfach fließen lässt, ja, dass man das eben nicht darf, dafür haben wir über den Jahreswechsel ja die, ähm, Harmonisierung, ne, mit dem Wurzelschakra gemacht, von den Blockaden, die da in der Kindheit, ne, Manifestationen, die in der Kindheit durch Erziehung, ne, ne, da nimmst du dich bitte zurück, ja, da, äh, schaltest du bitte deinen Kopf ein, ne, da, ähm, drehe ich dir hier, um jetzt mal beim Beispiel des Halschakras zu bleiben, ja, da, ähm, drehen wir, da setzen wir eine Grenze, ne, da drehen wir dir hier, ähm, den Fluss im Halschakra ab, ja, und das sind, äh, Blockaden, die man hier in der Kindheit eben gelernt hat, ne, und die werden jetzt aufgebrochen, damit der Fluss eben frei fließen kann, ja, genau, da kommt die Bewegung, ne, damit die Bewegung eben reinkommt, ja, ganz viele kommen hier nicht in die Vorwärtsbewegung, das ändert sich jetzt, aber, ja, das, ne, das ist ja das, was, wo wir mit den Plejaden schon die ganze Zeit dran arbeiten, ne, was der Vollmond hier jetzt mitnehmen soll, ne, viele kommen halt nicht in die Vorwärtsbewegung, ne, der Reiter steht ja auch für den Merkur, und der Merkur, der, ähm, kommt ja morgen dann auch aus der Rückläufigkeit raus, ja, Kindheit liegt in der Vergangenheit, die wenigsten meiner Zuschauer sind drei, ja, also es darf vorwärts gehen, und für diese Vorwärtsbewegung, ne, muss halt an der einen oder anderen Stelle, an welcher werdet ihr selbst am besten wissen, hier, eine Blockade, die diese Bewegung nach vorne, die diesen Sprung nach vorne behindert, raus. und viele von euch werden ja jetzt vielleicht auch, äh, schon wissen, ja, wo, ne, ein Sprung nach vorne, eine Vorwärtsbewegung nicht möglich ist, wo sie sich zurücknehmen, weil da eben auf diese Vorwärtsbewegung, ja, ein Verbot aus der Kindheit blockiert. Was weiß ich, ne, zum Beispiel, ähm, ne, der Turm steht ja auch für Trennung und Scheidung, ja, ähm, das ist falsch, ja, in, äh, meiner Familie lässt man sich nicht scheiden, ja, da geht man hier nicht in irgendwelche Aktivitäten, da wird man hier nicht aktiv, ja, weil mir halt beigebracht wurde, ne, ich muss da so eine, äh, toxische Beziehung einfach ertragen, erdulden und erleiden können, weil, was weiß ich, ja, meine Mutter hat das auch getan, ne, das ist halt nun mal das in mir vorherrschende Bild einer, äh, Frau und Mutter. Hä? Hahaha. Ne, deshalb kommt die Vorwärtsbewegung nicht, ja, weil ein Verbot aus der Kindheit eben blockiert und dafür sorgt, dass man sich da zurückhält, ne, und dem, was falsch läuft im Leben hier dann eben nicht den Energiestrom abdreht, ja, oder die Plejadenberatung ist ja diese Woche noch auf Beruf und Finanzen ausgelegt, ne, wie es bei mir war, ihr wisst, ich komme aus einer, äh, Beamtenahnenlinie, ja, hier, ne, da lag, ne, quasi schon die Blockade in der Kindheit auf der Selbstständigkeit, ja, ne, da werden wir hier nicht aktiv, ja, unsere, äh, Blutlinie dient der Staatsgewalt, ja, das war dann so eine Blockade, ne, die, in meinem Feld aus der Kindheit lag, ne, die, ähm, falsch war, ja, oder wo ich mich halt lange zurückgehalten hab, weil ich diesen Sprung, ne, in die Geburt meines neuen Zeitalters, ja, obwohl, ne, mir das Spaß, Leichtigkeit und Freude bereitet, ne, äh, lange zurückgehalten hab, weil da eben dieses Verbot aus der Kindheit drauf lag, ne, das kann ja für alles mögliche sein, ne, sexuelle Neigungen, ne, Partnerschaften, Beruf, Berufung, äh, keine Ahnung, Umzüge, ja, vielleicht, ne, auch, ne, eigentlich möchte ich lieber 300 Kilometer entfernt leben, ja, aber, ähm, das macht hier bei uns keiner, ja, wir kleben hier als Sippe Po auf Po, ne, whatever, werdet ihr selbst viel besser wissen, ne, man fühlt sich hier so ein bisschen eingesperrt, ja, eingesperrt, und gefangen in einer Situation, ne, obwohl hier der Bedarf ist, da ein neues Zeitalter zu gebären, weil da eben diese Begrenzung und das Verbot drauf liegt. Ich darf nicht, ne, das sind so, das ist eine Selbstsabotage, haben wir hier, ja, ähm, aufgrund dieser Regeln, aufgrund von Regeln, Verboten und whatever, Begrenzungen, es ist so ein bisschen Energie von, ich darf nicht, ich kann nicht, äh, ich schaff das nicht, und dadurch, ja, das ist ja auch die Grundenergie, die Basisenergie für eben Neideifersucht, Missgunst auf Personen, ja, die das einfach tun. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, ich, ähm, ich persönlich jetzt, ja, finde auch, dass, ähm, Neid und Eifersucht, ja, eins der, ähm, voranbringendsten Emotionen ist, ja, weil was ist denn, ne, wenn ich persönlich jetzt, ne, was weiß ich, neidisch oder eifersüchtig auf jemanden bin, dann weiß ich, was ich eigentlich will. Und deswegen finde ich, dass, ähm, Emotionen wie Neid oder Eifersucht, das kommt natürlich immer drauf an, wie man dann damit umgeht, ja, also, ne, ich habe das Bewusstsein, dass ich dann sage, ach, guck mal einer, schau mal einer, das willst du eigentlich, danke, ja, ich erhalte, ne, ne, derartige Emotionen für extrem produktiv, ne, also, wenn, wenn in mir mal, ähm, ne Neid oder Eifersuchtsgefühl hochkommt, dann bin ich im Grunde genommen schon immer gleich dankbar, weil ich dann weiß, ach, das willst du, ne, keine Ahnung, du musst dir unbedingt mal wieder einen Kurztrip buchen, ja, oder in Urlaub fahren, ah, danke, ne, sowas dann halt, ja, weil das ist ja dann auch immer so ein bisschen, ähm, da liegt also ein Hund begraben, ein Wunsch begraben, ja, was einem so vielleicht, äh, im Alltag gar nicht, bewusst ist, ne, das ist natürlich scheiße, wenn man dann so damit umgeht, dass man, äh, das nicht auf sich selbst zurückführen kann, sondern dann halt eklig zu den Leuten wird, ne, also, das ist dann natürlich blöd, ja, dafür, äh, ist dieses Gefühl, ähm, eigentlich nicht gedacht, ganz genau, ja, dieses Gefühl ist dafür gedacht, dass man, äh, eine Erkenntnis bekommt, ja, und hier kommt die absolute Vorwärtsbewegung, guckt euch das an, ja, die absolute Vorwärtsbewegung, hier kommt, da, genau da, ne, um mal bei den ganzen Beispielen zu bleiben, aktiv zu werden, verspricht hier den Erfolg, ja, das sind richtig geile Energien, aber, wie immer, dein Wille geschehe, ja, mach da jetzt bitte, ne, es kommt hier, guckt mal, es kommt hier, durch diese, durch diesen naiven Anknipser einer Person, ja, kommt hier eine Blockade ans Tageslicht. Ja, also es kann sein, äh, dass ihr jetzt so in den nächsten Tagen, ne, also hier bis Ende des Monats, ne, getriggert werdet, ja, von jemandem, dann erschlagt diese Person bitte nicht, ja, weil diese Person ist da naiv und gutgläubig, ja, das heißt, diese, dieser Person ist nicht bewusst, dass das ein Thema ist, ja, was euch, keine Ahnung, provoziert, Reiz triggert, ja, weil diese Person ist geschickt, ja, geschickt, damit, ähm, ihr etwas versteht, ja, damit euch etwas bewusst wird, und diese Personen können ja in der Regel auch überhaupt nichts dazu, wenn ihr euch selbst, ja, von etwas, was sehr erfolgreich für euch wäre, ne, zurückzieht, ja, und diese Person war in der Regel auch nicht dabei, als euch als dreijähriges Kind da eine Blockade, eine Begrenzung reingegeben wurde, ja, ja, also, sanft Mut mit denen, die euch hier geschickt werden, damit ihr, ähm, etwas versteht, ja, ja, die haben, ähm, keine Ahnung davon, ja, nach dem, äh, nach dem Triggern, nach der Provokation, äh, sieht mir hier so aus wie, dann schon, aber diese Personen gehen nicht mit der Bewusstheit da rein, ja, also, wenn euch hier jetzt jemand völlig abwandt, ja, dann, ähm, dann, ähm, konzentriert euch nicht auf die Frechheit, dass diese Person das getan hat, sondern fragt euch, ja, hinterfragt euch selbst, warum, ähm, provoziert mich das denn so, ja, warum wanzt mich das denn hier jetzt so ab, warum triggert mich das, warum will ich diese Person denn dafür würgen, ja, ne, warum bin ich hier vielleicht, ne, äh, was weiß ich, neidisch auf diese, ähm, Aktivität, was für ein eigener Wunsch, was für ein eigenes Bedürfnis, verbirgt sich denn dahinter? Naja, weil es wird mir, wie gesagt, ne, wirklich, wirklich als Hilfestellung gegeben hier, äh, ein bisschen die Karten sind so groß, muss man ein bisschen Platz machen hier, äh, genau, es ist da, wo, ähm, ihr eben einfach keine Segel setzt, ja, euch selbst da, ähm, von ab haltet, ja, ja, genau hier, ne, da haben wir es vom Universum geschickt, ja, vom Universum geschickt, ne, damit es auch für euch in diesem Bereich weitergehen kann, ja, und dafür, ähm, braucht es einen Aufbruch, ne, genau, und deswegen kommt man hier, in eine Gesellschaft, ja, an einen Ort, der diese, an eine Person, in ein Umfeld, ja, wo dieser, es ist ein absolut positiver Aufbruch, ne, das, äh, halt eben aus euch rausgeholt wird, ja, ja, weil, ähm, weil, ähm, euch hier einfach gezeigt wird, es geht auch anders, ne, es geht auch anders, es gibt noch eine andere Möglichkeit, es gibt eine Alternative, und damit, kann das hier beginnen, ja, 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 sind wir hier im Energiefeld, da lassen es, wie ist es dann auch, dann addieren wir nur noch mal zusammen, Ja, 13 und 21 ist 34, ist 35. Ja, da haben wir schon wieder die Wurzel, ihr Hübschen. Oh Mann, da haben wir schon die Wurzel und auch die Ansage von Haniel hier gerade. Wir arbeiten dran, ja. Wir arbeiten dran. Okay. Hey, 19 und 14, ist 23, ist 33, ist 64, ist 10. Ja, ist auch so dieses, woran hältst du fest, ne? Ja. Wo sperrst du dich selbst, ja, von erfolgreichen Aktivitäten aus? Wo haben wir die 10? Haben wir die hier schon liegen gehabt? Nö. Ja. 39, 59 und da haben wir dann die 14. Ja, mein Schatz, da wird dir ganz plötzlich bewusst, dass Festhalten an diesem Punkt falsch ist, ne? Und was folgt danach? Leinen los. Ab dafür. Richtung. Okay. Ist ein guter Plan, würde ich sagen, ja. Auch wenn es hervorgekitzelt werden muss, ja. Und dann ist es da. Tralala. Und das, das ist so ganz, ganz, das geht rasant, ja. Das geht ganz, ganz schnell. Auf einmal werden hier bei dem Schiff, ne, wird der Anker eingeholt, ja. Ganz plötzlich wird hier der Anker eingeholt, ne. Da, wo man hier quasi wie gefangen oder befangen war, ne. Und dann ist hier leinen los, ja. Auf einmal geht's. Jetzt wird mir hier mein Bild mit der Venus gezeigt. Und, ähm, das wird hier jetzt gerade ein kleiner Film abgespielt, ja. Wie halt bei vielen, ne. Die stehen hier oben, ja, mit dem Schiff, ne. Da ist der Anker ausgeworfen, ja. Hier oben ist Wüste, Dürre, nichts wächst da, nichts gedeiht da, ja. Ist halt, fassen wir es mal zusammen, ist scheiße da oben, ja. Und man hat hier den Blick, ja, das Bild ist wie, wie die in diesem Schiff hier sitzen, ne. Ein Fernrohr in der Hand haben und mit dem Fernrohr hier runter auf, äh, so Spiel und Spaß nixen, ja. Im Wasser, ne, fruchtbares Land und so gucken. Und, ähm, aber diesen Anker nicht einholen, weil man da ja hier einen Sprung, zu einem Sprung ansetzen muss, ne. Und jetzt kommt aber, benimmt sich quasi auf diesem Schiff hier oben einer so blöd, ja, hier, ne, da, einer so blöd, dass man es auf einmal auf diesem Schiff so scheiße findet, ja, dass man dann hier plötzlich den Anker einholt. Und, ich sage jetzt mal krass mit, du kannst mich mal, ja, und diesen Sprung ins Glück wagt, ja, ein auf einmal dieser fließende Wasserfall, dieser Sprung, den man wagen muss, gar nicht mehr so schlimm vorkommt, weil das hier oben einfach so eklig ist, ja. Ja, und auf einmal sitzt man hier mit, ja, mit den spielenden Nixen in diesem neuen Feld. Das ist, ähm, die bildliche Übertragung, die ich dazu bekomme. 36. Minute, sage ich euch das, ja, da. Ja, und da hilft jetzt quasi das Universum, ja, indem es hier in einer bestimmten Gesellschaft, ich sage ich jetzt mal ganz krass, den Kopf ausschaltet, ja, man also keine Berechnung im Kopf anstellt, sondern einfach mal auspalabern lässt, ne. Und dann wird man halt derart, keine Ahnung, ja, getriggert, provoziert, gereizt, ne, dass man hier dann doch den Anker einholt. Und ganz plötzlich, ne, dass da oben in der Wüste blöd findet, ne, hier den, den Kopf rollen lässt, ja, und plötzlich hier ganz viel an Fahrt aufnimmt, ne. Weil diese Person hier durch, äh, durch den Ups-Moment, durch die Naivität hier eine gesetzte Grenze Vollmond rauslässt, rauszieht. Ja, sehr, sehr geil, würde ich sagen, auch wenn es, äh, noch mit einem, äh, keine Ahnung, du Blödmann, du Blödfrau, kannst mich mal, Moment, einher geht, ist das anscheinend der nötige energetische Kraftschub für diesen Sprung, ja. Okay, wie sich das äußert, werdet ihr selber sehen, das, äh, Ergebnis ist genial. Und manchmal ist das halt nun mal so, da brauchen wir einen Tritt in den Popuch. Okay, dann entlasse ich euch mal, ihr wisst Bescheid, und wenn was ist, wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet. Ich werde jetzt artrichtliche Chakrenspiralen drehen, ja, mit den drei Nüsseln für Aschenbröde, die habt ihr dann in der Infobox. Bis dann. So. So. So.